Unterwegs mit Betriebsleiter und Obersteiger Fritz Rosenstock in das Dunkel des Ahlenertiefen Steuers. Dort im Innern des Berges sind am 23. Mai die baden-württembergischen Theatertage zu Gast. Das badische Staatstheater Karlsruhe zeigt das Kafka-Stück, der Bau im Veranstaltungssaal. So, Herr Geistes, da machen wir auch die Traumbrinne und hier wird auch das Theater sein. Wir werden dann mit Stuhlen nach hinten hin, für die Personen, die hier angemeldet sind, ausverkauft ist ja. Hier werden dann 130 Theaterfans auf Bierbänken Platz nehmen. Aber wir können diese Bühnenteile auch runterfahren, das sind ja praktikablen und das kann sein, dass der Diener braucht. Insgesamt gibt es eine Bühne von zwölf Quadratmetern maximal. Der Bau, das ist auch im Stollen ein Begriff wie Rosenstock erklärt. So, das sind zum Beispiel auch Bauern. Der erste Bau, den kann man hier sehr schön sehen, der besteht aus drei Teilen. Dahinter kommen dann weitere Bauern. Deswegen nennt man das so Einbau, mehrere Bauern. Ausbau ist das natürlich. Bau ist aber nicht gleich Bau. Das wäre zum Beispiel auch ein Bau, obwohl das würden wir jetzt als Stempelkasten bezeichnen. Aber das ist auch durchaus Ausbau. Das besteht auch aus mehreren Teilen. Wie die beiden Teile, Stollen und Theater zusammenkommen, die Zuschauer dürfen gespannt sein.